Hallo, hier ist der Martin von ManneMarkies, das ist die DAX-Anlöse für Montag, den 3.8.2020. Und unser DAX hatte, ja, hat einen neuen Monat vor sich, hat den Monatsschluss abgeschlossen, den Juli vollendet zum Freitag. Damit haben wir auch eine fertige Monatskerze, können wir mal kurz reingucken. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern an das gestrige Video, hatten wir dort gesagt, ja, sind gerade Nachrichten durchgegangen, es hat den DAX sehr weit hochgezogen. Man soll aber vorsichtig sein, man soll ja nicht aus dem Optimismus und vielleicht der Outperformance einzelner US-Titel dann auch unseren DAX-Schlussfolgern, hatten gesagt, unser DAX ist schon ein bisschen mit Knieschuss unterwegs und könnte da auch gegebenenfalls noch Nachblutung halt kriegen. Und dass er durchaus auch ein bisschen nach unten rödeln könne. Ja, na, wenn wir gucken, was wir jetzt gesehen hatten, wir haben gesagt, oben so im Bereich um 5.30, alles was da drüber geht, das muss man dann noch mit rechnen, dass er eben hier oben in die 6.40 nochmal reinstößt, schön in die Zone, hat aber auch dort schon Befürchtung, dass er von dort einfach wieder runterdreht. Hatten auch gesagt, dass es durchaus sein kann, dass er in der Nacht halt einfach hier oben schon rumarbeitet und dann einfach per Abwärtsgriff reinkommt. Wie er dann reingestattet ist, war vielleicht für den einen oder anderen, könnte ich mir vorstellen, schwer zu greifen. Wir sind ja dann doch mit einem deutlichen Abwärtsgap reingekommen, trotz dass die US-Zahlen so gut waren, zumindest bei den großen Titeln dort. Und dann hat er halt direkt einen Gap-Kluss gemacht über den Vortagesschluss drüber, ist aber unter der 5.30 geblieben. Und wir haben bei uns dann auch im Dienst gesagt, ja, gut, das ist halt jetzt Zeitspiel und wenn es dem Dachs gelingt, unter der 5.30 zu bleiben und das 16, 17 Uhr dann halt immer noch drunter ist, dass man dann halt auch langsam da wieder Schott rein könnte, dass er durchaus dann nochmal runter kann bis 3.30. Bis 3.30 hat man gesagt, das sollte durchaus vollkommen reichen für den Freitag. Vielleicht nochmal hier drunter stoßen, kleinen Rücklauf, sich von unten nochmal an die 3.30 ranlegen, aber den hätte er gar nicht machen müssen. Ich glaube, das hat er noch getan, weil die Amerikaner halt da so ein bisschen nach oben geballert haben. Aber letztendlich haben wir jetzt auch hier wieder eine Ausgangslage, wo ich sage, ja, da wird jetzt schon wieder ein bisschen Optimismus eingepriegt. Der kommt halt echt rein aus dem Tech-Sektor in den USA halt. Und du musst mal halt mal so ehrlich sagen, wir haben keine Microsoft im Dachs, wir haben auch keine Apple im Dachs, wir haben auch nicht Google im Dachs. Das heißt, es ist schön, dass die so sind, dass die gut performen, dass die dort die Index nahezu im Alleingang mit nach oben treiben. Aber es hilft dem Dachs halt nicht halt. In dem Sinne hat er es hier schon noch ein bisschen schwer, Knieschutz ist noch präsent. Und wenn wir auch mal so gucken, die untere Variante, die wir besprochen hatten, die wir gesagt haben, haben wir gesagt, er macht vielleicht hier nochmal ein neues Tief zum Freitag. Aber bestimmt noch nicht so, dass er richtig wegrotscht. Das wäre erst zum Montag typisch. Vielleicht dann hier unten einfach nochmal ein bisschen hoch und gucken, was er gemacht hat. Also ja, kann man auf die Amerikaner schieben, kann man sagen, ja, der Nasdaq hat den Dachs hochgezogen. Aber ich meine, den Pfeil haben wir reingezeichnet, da wussten wir noch nicht, dass der Nasdaq am Abend da nochmal hochzieht. Also wirklich ein bisschen aufpassen, dass man den Dachs hier als Dachs betrachtet und auch so bewertet. Weil das ist halt, das ist jetzt nicht ein eigenständiges Lebewesen. Aber es kann auch unabhängig einfach von den Amerikanern laufen. Das wäre nicht das erste Mal, wenn wir das sehen. Wir müssen aber auch ein bisschen aufpassen. Mir persönlich läuft das langsam zu glatt jetzt hier in diesem Keilbruch. Also, wir hatten ja hier am Donnerstag schon gesagt, Keilbruch, soll ich Ihnen das mal holen, das Video nochmal, dass Sie es ein bisschen vor Augen haben? Ich hole Ihnen das mal schnell vor, warten Sie mal kurz. So, ich mache das mal jetzt hier ganz billig, ohne das jetzt hier künstlich reinzuschneiden. Ne, wir haben das mal schnell jetzt hier auf YouTube aufgerufen. Wir haben darüber gesprochen, wie so ein Keil bricht. Also, dass der mit relativ viel Dynamik einhergeht, dass er schöne, lange Bewegungen hat und dass er meist eben auch bis zum Beginn des Keilbruchs geht. Das würde bedeuten, wenn wir uns das Muster jetzt hier nochmal vor Augen halten. Es sind ja hier extrem viele in ein Short reingegangen. Da wurde ich ja regelrecht beschimpft, was ich denn für eine Bullshit-Analyse schreiben würde. Ich hätte was von Keilbruch und ich hätte was von Zielen von 640 erzählt. Und das wäre doch totaler Schwachsinn gewesen. Der Markt würde das gar nicht machen. Hat halt ein bisschen gedauert. Hat er trotzdem gemacht. Also, bis zum Wetter, bis zum Szenario. Und man kann es nicht als undynamisch bezeichnen. Also, der hat schon ordentlich nach unten gerotzt. Also, das muss man so sagen halt. Da ist es so ordentlich trocken in der Kiste gewesen. Und wenn Sie sich das Bild nochmal vor Augen halten. Also, hier die Zeichnung. Zack. Da fehlt halt noch ein Schlaz. Und der eine Schlaz müsste jetzt hier so in den Korridor reingehen. Von daher wäre es nicht unwahrscheinlich, dass der das zum Montag einfach macht. So, nun ist die Sache. Wir haben jetzt hier schon fast relativ lange läuft er hier schon wie ein kleines Deckchen. Also, irgendwann läuft er auch immer wieder aus der Analyse raus. Es ist ja nur auch so, das sind, das was sie hier machen. Sie müssen es verstehen halt. Also, es geht nicht darum, dass wir wissen, wie der Markt genau sich bewegt. Wir können es nicht wissen. Und es ist auch nicht so, dass der Markt es immer so macht. Ne, dass du immer mit dem Heep weißt, wenn irgendwo ein Keil kommt, dann kommt es genau so. Es ist einfach so, wenn zehn so eine Keile kommen, dann hast du acht oder sieben, die halt genau so aussehen. Es gibt aber auch noch eins, zwei, drei, bei denen das halt nicht klappt. Bei denen der Markt vielleicht auch mal hier dreht. Bei denen der Markt hier oben den Bruch gar nicht erst richtig hinkriegt. Und so weiter und so fort. Ne, das ist Analyse. Das ist Schadenanalyse. Das Ziel ist, dass wir einfach wiederkehrende Muster am Markt suchen. Und diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil, den wir haben, nämlich zu sagen, okay, das klappt in sieben von zehn Fällen, einfach immer wieder für uns nutzen. Dass wir sagen, okay, wir probieren das halt einfach zehnmal. Und siebenmal liegen wir davon richtig, dreimal liegen wir falsch. Und wenn uns das dann noch gelingt, auf den dreimal, wo wir falsch liegen, weniger zu verlieren, wie wenn wir richtig liegen, dann traden wir. Ja, und darum geht es. Aber das ist nochmal so im Kopf zu rufen. Das ist keine Hellseherei, was wir hier machen. Das ist kein Glaskugelgeschiebe. Ich weiß nicht, was der Markt macht. Ich kann ihm nur sagen, dass er in so und so vielen Fällen von so und so vielen Fällen oder dass er einfach oft oder üblicherweise eben bestimmte Sachen auch macht. Und das wäre jetzt hier zum Beispiel zum Montag dann auch runtergehen. Aber das gibt da keine Garantie dafür. Und deswegen ist es wichtig, dass sie mit Stop-Loss arbeiten, dass sie, wenn sie ohne Stop-Loss arbeiten, zumindest irgendwo das Risiko begrenzen. Wenn ich ihnen so ein Ding zeige, wenn ich ihnen so ein Ding zeige und der Markt steigt hier oben drüber, ohne dass er hier unten ist, dann ist das Muster einfach hinfällig. Dann hat das nicht geklappt. Dann ist das einer von diesen zehn Fällen, der nicht klappt. Und in dem Moment, wo sie kein Risikomanagement nutzen, wo sie nicht irgendwo mal aus der Position auch einfach rausgehen, die beenden, wenn sie nicht mehr so läuft, wie sie das erwarten, dann verlieren sie wahrscheinlich in genau diesen zwei oder drei Fällen von zehn, die nicht klappen, so viel mehr, dass selbst wenn sie die sieben, achtmal, die es dann richtig klappt, die sie mithandeln, das dann gar nicht wieder reinkriegen. Und deswegen muss man schon immer gucken, dass man eben im Setup bleibt, im Szenario sich das abgrenzt und einfach auch rausgeht, wenn man merkt, der läuft nicht mehr, der spielt nicht mehr mit, der kommt nicht mehr mit. Und das kann man auch untertäglich immer wieder schön anfangen. Also ich fand es zum Freitag recht angenehm, das hat er gut gemacht mit der 5.30 Uhr. Auch der Rücklauf hier unten, mein Gott, ja. Wir haben es, glaube ich, so, also ich meine, wir haben es sogar, glaube ich, so in der Mail geschrieben, ne, haben wir gesagt, der kann auch locker dann nochmal sich an die 12, 3.15, 12.30 Uhr von unten ranschieben. Wenn, wenn unten die Leute zu blöd wären, zu aggressiv auf der Short-Seite, einfach um die nochmal ein bisschen zu bereinigen vor dem Wochenende, ich würde es jetzt einfach als sowas sehen. Das heißt, wenn der Markt zum Montag nach unten raus startet, würde ich ihm schon noch Leine geben, Leine bis 12.100, ich würde ihm Leine geben bis 12.50, die kann vielleicht sogar auch als Dienstag kommen, ne, aber so eine 12.100, das wäre schon noch denkbar. Vielleicht kommen wir auch wieder ein bisschen schwächer rein, lassen das Gap dann offen stehen, vielleicht um die 12.2.40. Würde mich nicht wundern halt, ne, also wenn er jetzt hier einfach nochmal ein bisschen nach unten versucht, das Keilmuster einfach fertig zu bringen. Das hier, was wir hier mal gezeichnet haben, ne, dieses typische Bewegungsverhalten. Weil es ist einfach so, die Leute, die hier die Kurse bewegen, das sind Menschen, das sind Roboter, Roboter, die von Menschen programmiert werden, ne, und die machen immer wieder dasselbe. Die Menschen machen immer wieder die gleichen Fehler, die Menschen werden immer wieder von den gleichen Sachen am Markt getrieben, sie wollen Geld, sie wollen kein Geld verlieren. Sie wollen besonders schnell Geld verdienen. Das sind immer wieder die gleichen Instinkte seit Jahrzehnten, ne, und deswegen klappt es halt mit diesen Mustern so schön, weil man über diese Charttechnik einfach das Verhalten erkennt der Leute. Auch so einen Keil, ne, die Leute, die greifen zu, greifen zu, aber der Markt wird immer wieder in jedem neuen Hoch einfach wegverkauft. Der wird immer wieder gedrückt, der schafft die Stärke nicht. Dadurch fallen die Hochs immer weiter ab, während unten günstig im Nachkauf der Optimismus noch groß ist. Aber in dem Moment, wo sowas dann platzt, dann sagen die sich irgendwann, na, scheiße, der ist einfach so schwach, der kommt oben nicht mehr raus, ne. Und dann werden plötzlich Käufer zu Verkäufern, die Verkäufer haben wir hier ohnehin schon verkauft, die fühlen sich bestätigt, sagen sich, gut, dann kann ich jetzt warten, bis ich wieder einsteige. Der kommt jetzt erstmal runter, ne, und dann habe ich immer wieder gleiche Bewegungsmuster. Und das, darum geht es einfach nur nochmal, das ist einfach noch ein bisschen ins Bewusstsein gerufen, warum wir was wie machen, ähm, aber dass sie nicht die Erwartungshaltung haben, das muss jetzt so kommen, ne. Ziel sollte aber sein, wenn sie sehen, dass es sich so entwickelt, mitzugehen. Nicht dagegen sich zu stellen, weil man überrascht ist, weil man überrumpelt wird, sondern mitzugehen, mit der Bewegung und rauszugehen, wenn der Markt eben nicht mehr das macht, was man eigentlich haben will. So, von daher viel Geräte, wenig Inhalt, zumindestens analytisch, aber das ist auch mal wichtig, dass wir nochmal darüber sprechen, weil ich in den letzten Tagen schon mitgekriegt habe, dass da viele wieder, also wenn mir jemand sagt, das war eine Bullshit-Analyse halt, ne, wenn der Markt hier unten an den Keil rausgeht, pfff, ist halt eine Analyse, ne, also, ich kann jetzt nicht dafür sorgen, dass der DAX das auch tatsächlich macht, ne, wir können uns nur die Mark angucken. Aber gut, das sah auch schon wieder ein bisschen her, vielleicht hat sich das auch wieder gelegt, ähm, wir halten das hier unten mal frei, ansonsten würde ich oben jetzt hier so ein bisschen einen Long-Trigger umfunktionieren, sollte der DAX sich stärker zeigen, sollte über die 3,50 ansteigen, sollte eine, sollte eine robuste Verfassung machen, ähm, würde ich, würde ich davon ausgehen, dass wir höher gehen, ich würde, äh, also schon zu sagen, 5,30 ist jetzt schon wie so ein kleiner Long-Trigger, ne, dass man dann oberhalb von 5,30 vielleicht mit einer 6,40 rechnet, aber ich glaube fast, dass wir dann sogar nochmal, ein, ein, ein ganzes Stückchen höher kommen, ich glaube, wenn er über die 5,30 nochmal geht, kriegen wir, na komm, kriegen wir hier was in die Richtung, Alter, fehlt noch einer, haben wir noch irgendwo einen, ein Pfeil fehlt noch, ich kriege mal so ein bisschen was in die Richtung, hier 800, hier von unten, hier einfach mal unten an den Trigger nochmal dran, würde mich jetzt nicht verwundern, ja, hier so, sagen wir mal vielleicht, was ist das, 87, 800, ja, so, sowas könnte ich mir dann nochmal vorstellen, ja, und der bleibt, ja, an den Hochs, das bleibt, ja, dann haben wir es eigentlich im Kasten, und soweit meine Erwartungshaltung, also, wenn ihr, wenn ihr hier jetzt einfach nur zur Seite schiebt, wäre das für mich seitwert, seitwert wäre für mich ein Zeichen von, wir fallen später erst, ne, aber alles, was jetzt auch unter diesem Tagesschluss von, ich sag mal, 33 stattfindet, wäre für mich schon eher Abwärtsrisiko, ja, Richtung 12,100, 12,50, 11,59, die 11,59 auch nicht vergessen, die ist auch wichtig, ja, so, dann gucken wir kurz auf den Monat, im Monatsschatz sind jetzt hier Pfeile drin, oder das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, die kennen sie nicht, wenn sie nicht bei uns die Mails mitbekommen, ähm, zumindest geht es aus der Jahresanalyse so nicht vor, und hier sind ja jetzt doch einige dabei, auch die bei uns nicht, ähm, noch die Mails mitbekommen, wir hatten hier, als der DAX hier oben stand, bei 13.000, ähm, hab ich hier ein Index-Update bei uns über einen Verteiler geschickt, da hab ich gesagt, weil wir haben ja hier unten angefangen mit Sparplänen zu kaufen, ne, wir sind ja hier mit Sparplänen reingegangen, und hier oben hab ich gesagt, stopp, halt, ich führ den da oben nicht aus, ne, ähm, ich führ den da oben nicht aus, ich setze meinen Sparplankauf erstmal aus, solange bis der DAX wieder runter ist, also bis er wieder unter, äh, unter, 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 unter 13.000 ist, wir haben jetzt, ich glaub, am Freitag und am Donnerstag haben wir das Ding dann ausführen lassen, hier unten, ähm, und, äh, würden den jetzt auch wieder hochfahren, den Sparplänen, das heißt, mit allen tieferen Kursen, die jetzt kommen, dann da wieder, äh, versuchen ETF-Positionen aufzubauen, und, äh, im Rahmen, jetzt, wenn wir ein bisschen zum Punkt kommen, im Rahmen dessen hatten wir gesagt, wenn der Monat, äh, unterhalb der 9,54 schließen sollte, wäre das schon eher als, also unter dem Vormonatshoch schließen sollte, wäre das schon in gewisser Weise ein Warnsignal, weil es zeigen würde, dass der Markt eine Trendschwäche in der Aufwärtsbewegung bekommt, ja, und dann ja jetzt August, September, die eher schwächeren Monate sind, wir die Tendenz nach unten hätten, nach unten hätten Richtung, aus Monatsicht vielleicht sogar 11.400, dann vielleicht nochmal eine kleine Jahresendrallye, bis, äh, ich sag mal, 12, ja, vielleicht sogar 800, 12.800 nochmal rein, 12.600, 12.800, und dann Anfang dieses Jahres nochmal ein bisschen zurück, also auch nach der US-Wahl dann halt, ne, ähm, also ich könnte, oder, ja, also, ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass es bis zur US-Wahl ein bisschen ruppig noch bleibt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie sich wirklich hochziehen, weil die sind extrem weit oben, die Indizes, und, äh, irgendwo kann man sie auch nicht zu hoch schließen lassen, weil in Amerika sind zwar viele investiert, aber ich glaube, es haben auch durch Corona ist da viel Umschichtung passiert, ne, da sind viele in Liquiditätsengpässe gekommen, mussten das verkaufen und so dieses, ah, die Reichen werden immer reicher, das ist halt auch nicht so dieses, tut, also das ist für einen Wahlkampf halt auch nicht, die Aktienmärkte dürfen nicht tief stehen, also sie dürfen, glaube ich, auch nicht zu hoch für einen Wahlkampf stehen, weil dann immer so diese, diese Arm-Reich-Debatten aufkommen halt, ne, und ich weiß nicht, ob sie das Interesse haben, die halt komplett am hoch zu haben, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie die ein bisschen abkühlen lassen über die, über den Wahlkampf jetzt, oder, oder vielleicht einfach zur Seite schieben lassen, und in unserem DAX könnte das halt ein bisschen noch belasten, ja, wenn wir jetzt aber die Monatskerze angucken, ist die Monatskerze auf jeden Fall auch eine, also jetzt ist sie auf jeden Fall, die wäre unter 12.800, wäre die schon ein Warnsignal gewesen, aber ich meine, was, das, was sie jetzt gemacht hat, ne, innerhalb von zwei Tagen oder drei Tagen oder einer Woche, hier die ganze Monatskerze wieder wegzuboxen, das ist halt schon auch eine Ansage, also die Kerzenformation, die können Sie mal googeln, das hat schon Umkehrpotenzial, ne, das wird jetzt nicht so sein, dass wir am ersten Tag wie ein Stein runterfallen, und, äh, die, Sie jetzt quasi im ersten, im dritten, achten Short gehen, und den am dreistel, achten auslösen, und, ähm, dann sind Sie super reich, ne, so funktioniert es ja auch nicht, der Markt läuft runter, hoch, runter, hoch, runter, steht am Monatsende, steht er hier, war aber im Monat mal hier, da, dort, du, 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 und irgendwann steht er hier unten, und der Monat ist fertig, so ist es ja real, ne, die Leute sagen immer, ah, jetzt kommt der schwache Monat, jetzt gehe ich Short, und dann gehen sie rein, sind 100 Punkte vorne dann sind sie plötzlich 300 im Minus dann sind sie 50 Punkte vorne dann sind sie wieder 200 im Minus dann sind sie 150 Punkte vorne wieder 200 im Minus dann sind sie 300 Punkte im Plus und dann ist der Monat zu Ende und von daher finde ich es einfach besser wenn man einfach auf den kleineren Ebenen dann schaut und dort mitgeht im Tagesschart wenn wir hier ein bisschen gucken kommen wir jetzt langsam auf die Unterstützung wir sind ja hier an der 330 runter gedreht kämpft jetzt hier am Band also sollte auch Außenband rausschließen können sich hier auch eine kleine Übertreibung begeben nach unten zumindest in dem Bereich auf dieses alte Hoch hier, auf unsere alte Verkaufszone drauf, wenn jetzt hier die 200-Tage-Linie nicht halten da ist aber jetzt dran es ist jetzt an der ersten 200-Tage-Linie gewesen ne war er noch nicht ganz, hat ein bisschen was gefehlt die SMA 200 und dann drunter kommt noch die EMA 200 die hat das letzte Mal ein bisschen mehr lieb gehabt gucken wir mal die würde jetzt liegen bei bei 12.017 also genau in dieser Zone um 12.050, 11.950 wo unser Keil auch sein Ziel hat also da wirklich dann mal ein bisschen aufpassen das könnte ich mir vorstellen dass das nochmal ein bisschen eine kleine Umkehr wird das kann vielleicht sogar auf den Dienstag kommen dann haben wir einen schönen Turnaround Tuesday unten und ansonsten wäre alles was tiefer geht dann schon eher für einen Aufsetzer auf die Zone hier unten halt zu sehen und das dann wahrscheinlich sogar auch nicht so langsam halt wenn er einmal aus dem Band rausschließt beschleunigt er hier eher manchmal noch auf gut, okay damit durfte ich heute wieder mal ein bisschen überzogen haben naja, über 17 Minuten ich denke das geht dafür haben wir auch ein paar Charts mal durchgeklickt haben nochmal ein bisschen über die Chartanalyse im Allgemein gesprochen das ist einfach wichtig dass die das verstehen was wir hier machen halt das Risiko muss man immer sehen es gibt keine Garantie dass das alles so klappt der kann auch am Montag komplett nach oben durchstehen und sich an nichts halten was wir hier zeichnen aber in dem Fall ist es dann halt so dass man als Trader das dann halt sich entweder komplett umpult sagt, okay Analyse haken dran wird nichts gehe mit oder zumindest dann sagt okay hier Reißleine ziehen kleinen Verlust realisieren das wird heute nichts der macht heute keine Analyse oder nicht das was wir erwartet haben und raus ne und geht aber mit dann kann man das auch auskosten das ist Sinn und Zweck von Chartanalyse aber nicht wir wissen ganz genau was kommt so hundertprozentig ob wir kaufen oder verkaufen und wenn es dann falsch war dann ist der Martin schuld äh weil er den Markt nicht richtig gelesen hat und äh wenn ich gewonnen habe dann hab ich alles richtig gemacht ne und so so einfach kann man sich halt einfach nicht machen das ist halt so na gut Freunde okay dann soll es das soweit sein ich denke damit haben wir eine gute Basis um in die Woche erstmal reinzukommen dann gucken wir uns den Montag Dienstag an und äh wenn wir Glück haben stehen wir am Dienstag hier unten wenn wir Pech haben kriegen wir erstmal eine Seitwärtsschieberei zwischen 530 und äh weitesten 200 vielleicht äh hat schon gute Karten halt das ist äh das einzige was so ein bisschen stört ist halt wirklich diese 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 positive Stimmung hier mal so aus Amerika halt überschwappt halt ne wo aber auch wirklich sich jeder an den Kopf greift wie äh wie gaga das ist halt ne ja gut ich mach aus ich wünsche ihm viel Erfolg gutes Gelingen und bis morgen wieder Ciao اث ich weiß üç vier 안